Hallo liebe Zebras, heute spielt der meister Spielverein gegen den SC3-Buch. Und es geht um das nackte Überleben in Liga 3. Wir stehen in akuter Abstiegsgefahr und heute kommt es drauf an. Heute muss die Mannschaft drei Punkte holen. Selbst ein Punktgewinn wäre zu wenig, denn dann hast du auf jeden Fall nächste Woche in Verl ein Endspiel und das braucht keiner von uns. Also heißt es jetzt gleich 90 Minuten alles geben für unseren Spielverein. Hoffen und bangen auf einen Sieg. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinen Impressionen und natürlich hoffe ich, dass unser Zebras gewinnt. Ich melde mich im Anschluss des Spiels nochmal und jetzt geht's los. Auf geht's Zebras, kämpfen und siegen. Nur der MSV. Zebras. 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 Nehmt es auf, unser Blut geht mir hin. Applaus 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 Das ist der Kohlmann, der Kohlmann. Jetzt ist es so gut! Und auf den Weg der Welt! Schönenberg! 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 Dixus! 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 Chancen! Dixus! Die Tauern ist nicht nur ein Konflikt. Zweier, die Tauern ist nicht nur ein Konflikt. Die Tauern ist nicht nur ein Konflikt. Ich bin nicht nur ein Konflikt, sondern nur ein Konflikt. Der Schicksal. 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 Applaus 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 Mein Lücher ist froh! Ole Ole! Ole Ole! Mein Lücher ist froh! 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 Mein Lücher ist froh!